ja hallo herzlich willkommen meine lieben freunde bei geld verdienen im internet mit trading mit binären optionen forex krypto und mehr heute am mittwoch nehme ich euch mit auf die reise in sachen geld verdienen mit binären optionen und mit trading signalen von telegram von uns mit den trader lifestyle copy trade signalen wie du die kostenlos bekommst erzählt ihr am ende des videos also bleibt dran ihr seht ihr links sind die copy trade signale die laufen meistens zwei bis drei minuten die darum habe ich schon mal drei minuten eingegeben 250 dollar möchte ich einsetzen pro trade denn mein trading ziel ist es jetzt in der session 1000 dollar an die 1000 dollar zu verdienen bedeutet vier trades gewinnen und maximal zwei martin g ist hier schon von der strategie vorgegeben martin g bedeutet wenn du ein trade verlierst im nächsten trade das 2,3 fache zu setzen um den vorigen verlust trade auszubügeln und noch einen gewinn mitzunehmen wie gesagt ich möchte hier 1000 dollar heute an die 1000 dollar in der session mitnehmen mit links den trading signalen die sind von uns trader lifestyle copy trade der kanal und sind eigentlich ganz leicht zu verfolgen wenn du den pocket option account hast dann kannst du die nutzen pocket option account ganz einfach unterhalb des videos in der beschreibung ist der link für pocket option und im ersten kommentar melde dich über unseren link an dann bekommst du auch den kanal hier den signal kanal kostenlos dann ja und natürlich einzahlen wenn du bei uns in die trader ging du wirst mindestens 500 dollar auf deinen trading account die 500 dollar bleiben bei dir ganz klar wir kriegen da keinen cent davon ja wir warten jetzt hier links auf telegram auf dass er das hier bringt seht ihr die erste nachricht die heißt dann immer preparing also bereitet das trading asset vor und dann hast du gechillt eine minute zeit eben das trading asset vorzubereiten also wirklich gechillt hast du da zeit und nach einer minute dann oder halben minute kommt eben die richtung wie es hier ist zum beispiel sagt dann sell nach oben oder nach unten und hier die minuten anzahl das geile ist mit den signalen sind ja auf telegram kannst du direkt auch auf dem handy handeln oder auf dein tablet denn du brauchst kein metatrader nichts sind super geeignet für anfänger auch also wirklich für anfänger denn hier brauchst du wirklich bloß signal ablesen und rein in den trade ich trade die immer so kurz wie möglich zum beispiel ich habe ein trading ziel von 1000 dollarn also splitte ich das auf 4 trades auf und ergibt hat dann 250 dollar denn 92 prozent bekommst du hier meistens an rendite ist bei binären optionen auch anderswo bei anderen trading du sagst hier zum beispiel voraus drei minuten aber fällt oder steigt hier so lang gefallen die drei minuten wenn er ab den einstieg wirklich drunter ist nach den drei minuten hast du dann 92 prozent plus also wenn ein hunderter einsetzt hast du dann nach drei minuten 192 dollar zurück das ist das geile an option okay dann langweil ich euch jetzt mal nicht wie gesagt ich nehme euch mit heute in meiner session signal session und möchte gern an die vier trades gewinnen dass ich an meine 1000 rankommen wir haben jetzt 46.815 dollar und schauen wo wir stehen nach unseren trades ich mache ein päuschen für uns gläuschen und wenn dann das erste ding hier preparing auftaucht schalte ich wieder ein und nehme euch natürlich beim trade mit ja damit ich sagen bis gleich wir sehen uns gleich so meine freunde wir sehen hier 17 uhr 3 bin ich jetzt am start euro yen das signal sehen wir hier ich mach mal die zeit auch auf euro yen wird analysiert jetzt haben wir eine minute zeit gehabt für euro yen zu suchen hier oben drin seht ihr das und dann gehen wir kurz auf die zeit weil wir wissen nicht ganz genau zwei oder drei minuten macht und wir schauen jetzt mal links hier drauf drei minuten nach oben und schon bin ich dabei habt ihr gesehen drei minuten nach oben der hat jetzt erst wieder angefangen schaut mal es war 13 uhr 53 wo ich das video angefangen habe und hat jetzt erst 16 57 also ein habe ich verpasst oder zwei trades beim dritten bin ich jetzt dabei nach oben ja wir können jetzt hier ganz gut sehen kann ich euch mal erklären schnell wir haben unsere signale hier links seht ihr das links und er sagt dann als allererstes eine minute vor bevor der trade postet schalter auf euro yen otc bei pocket option und dann nach einer minute schaue ich immer hier drauf ob grün oder rot ist und ob nach grün oder rot ist grün bedeutet nach oben und nach unten und hier unten auf die minuten also drei minuten nach oben hat er jetzt gesagt und da bin ich rein und wir sehen hier die erste kerze minuten kerze ist schon mal bombastisch elefantastisch können wir mal gucken wo sind die trades so hier ist der trade zimmer offen ich habe 250 dollar gesetzt und bekommen 480 dollar im moment raus 480 dollar meine freunde bedeutet 230 dollar rein gewinnen wenn es so bleibt ne werden wir sehen trade läuft hier super also echt super er hatte hier auch einen guten aufwärts drin zimmer schauen wir dahin flug sehr schön aufwärts drin und gibt uns eben hier das signal links drei minuten nach oben bei euro yen otc wie gesagt wenn der erste hier oben kommt der hier immer wenn der kommt dann brauchte hier bloß oben gucken hier eingeben in suche das paar euro yen und dann klickt ihr drauf und dann habt ihr immer noch genug zeit um zu relaxen sozusagen um zu relaxen und den tradern abzusetzen eine minute aber noch eine minute meine freunde ich habe noch eine minute zeit mit dem trade hier und im moment schaut gut aus im moment schaut so aus als würde ich die ersten 230 dollar plus haben wie gesagt ich habe zu euch gesagt ich will nur ein paar trades heute machen und ja drei vier stück so dass ich ein tausender mitnehmen ist auch für euch eine kleine vorgabe habe ich vorher schon mal erwähnt macht so drei bis vier trades um eure tagesziel zu erreichen bedeutet bei 1000 machte 250 trades bei 100 euro tages gewinn ziel machte 25 euro trades also nicht übertreiben sondern immer in der spur bleiben also nicht übertreiben und so schnell wie möglich eure tech profit holen also schon im profit ich habe noch fünf sekunden fünf sekunden 321 meinst jawoll die ersten 230 in der tasche wir warten aufs nächste signal bis so meine freunde wir haben hier wieder unten gekriegt schaut mal hier unten euro schweizer franken otc gehen wir hier rein gehen wir ein euro schweizer franken haben wir gleich oben otc drauf geklickt warte ich wieder hier bis es kommt also bist du jetzt dann der nächste teil kommt wo uns mitteilt in welche richtung es geht um wie viele minuten da warten wir jetzt drauf müsste gleich kommen wäre trade nummer zwei wieder 250 dollar einsatz natürlich immer angepasst auf unsere gesamtguthaben und jetzt schauen wir einfach ob zwei oder drei minuten der nächste trade ist und in welche richtung er geht bin gespannt euro schweizer franken otc müsste gleich kommen links unten bei telegram und er sagt zwei minuten nach oben pap pap so zwei minuten nach oben und er läuft wieder ich würde hier wieder 230 dollar plus bekommen 230 dollar plus wenn ich im gewinnfalle gewinne wenn ich im gewinnfalle gewinne ich bin gespannt bin gespannt was er macht der burr könnte bis hier hoch steigen denn hier ist ein schöne support resistenz drin 1 minuten 32 wir sehen es hier eine minuten 32 das ist eben das nice an binären option dass die so kurzfristig sind und ebenso viel abschmeißende wir traden hier maximum 2 martingale habe ich auch schon erwähnt 1 minuten 13 für dieses signal noch 1 minuten 13 ich bin gespannt ob wir uns das schneppen dann hätten wir schon wenn man gewinnen würden naja kommt gerade runter dann bin ich noch gar nicht vom gewinn reden haben wir die letzte minute die trifftet hier an kommen die hoch mein blümchen geh hoch mein blümchen mein zartes blümchen sollte er hier uns nicht in den gewinn trudeln wie lange haben wir noch schauen wir mal bin gespannt obwohl wir haben noch genug zeit sollte er uns nicht in den gewinn puttern hier müssen wir dann martingale machen im nächsten trade ich bin gespannt machen die grüne für uns jetzt und dann wäre es einfach iggy jiggy wenn er jetzt grün bleibt wenn wir schon bei 460 dollar ich bin gespannt ich bin gespannt gespannt ja kommen sieben sekunden jetzt geht er runter die letzten sekunden ärgert er uns tot dann ist noch drin habt ihr das gesehen 460 plus insgesamt jetzt schon zweimal 230 optimal ich mache wieder ein päuschen für das kläuschen bis das nächste signal kommt wir müssen nur noch zweimal gewinnen dann wäre ich kurz vorm tausender und wäre eine geile session gewesen bis gleich jungs so meine freunde hier euro schweizer franken noch einmal zehnmal also brauchen wir gar nichts umstellen nur wieder warten hier oben und drauf klicken und warten auf die uhrzeit werden wir gleich mal sehen 18 ja müsste gleich kommen das signal also ich mache echt immer die uhr oben das sollte die auch machen die uhr auf um dann gleich reagieren zu können ob drei oder zwei minuten sind und ja dann geht es einfach schneller seid ihr schneller im signal drinnen ich bin jetzt gespannt eure schweizer franken was es denn sagt drei minuten zwei minuten bin gespannt und hoch oder runter drei minuten runter drei minuten noch drei minuten runter ja bin ich gespannt lassen wir jetzt mal laufen hier aber scheint erst erstmal jetzt in unsere richtung zu gehen ich will heute mal hier weil der chart recht langsam läuft von pocket option ich will heute mal meine freunde ja jetzt geht das schon wieder sehr viel schön schneller bin gespannt freunde bin gespannt wo die reise hingeht wenn wir jetzt hier gewinnen würden hätte ich wieder 230 hätte ich wieder 230 und wenn natürlich natürlich in meinem interesse und die signale wären dann also wenn ich jetzt nochmal gewinnen würde werde ich sehr nice dann küsse ich die signale wieder ab ja ja zwei minuten und fünf hier oben ihr seht ich kann euch jetzt auch mal erklären wie ihr die signale kostenlos bekommt und wie ihr die trader ging kommt glaube ich habe ich euch schon erklärt habe ich schon erklärt am anfang weiß ich gar nicht ganz einfach indem ihr unterhalb des videos oder in der beschreibung oder im ersten kommentar auf den pocket option link von uns drückt und euch über unseren link registriert wenn ihr das gemacht habt zahlt ihr 500 dollar ein und dann seid ihr schon berechtigt diese signale kostenlos zu bekommen und in die trader gang auch kostenlos rein zu kommen ganz einfach so ist das schreibt mir dann natürlich wenn ihr das gemacht habt euch angemeldet habt über unseren link und eingezahlt habt eure trader id von pocket option die findet ihr hier oben wenn ihr auf eure profilbild klickt ist die trader id drin und die schickt ihr mir per whatsapp whatsapp kontakt ebenfalls unterhalb des videos in der beschreibung und im ersten kommentar und dann prüfe ich das schnell und wenn alles passt schiebe ich euch rein und ihr habt das kostenlos ihr habt die signale kostenlos ja er kommt hier nah an unseren einstieg ran er darf nur nicht über die rote linie drüber bei binären option ist es egal aber jetzt ein stückchen weiter drunter ist oder auf der linie ein stritt eintrittslinie vom trade drüber darf er nicht sein bei den runter also wenn wir nach unten traden er muss immer schön drunter bleiben und in der letzten sekunde halt muss er unterhalb der roten linie sein und dass wir die 230 hier auscashen wir haben noch 30 sekunden ja 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 und hier unten tut er jetzt resignieren so wie es ausschaut ich hoffe er bleibt unter der roten linie in die letzten 25 sekunden es ist ein 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 gruselspiel ja jetzt schauen wir mal hier oh jetzt ist er drüber schaut und jetzt haben wir nämlich null jetzt sind wir wieder ein plus null komm nach unten jungen komm nach unten komm nach unten 7 6 ja komm nach unten komm 4 3 2 1 bäm und die dritten 230 in der tash wir haben die dritten 230 in der tash sind jetzt auch schon über zehn minuten hier am start also ich würde sagen das sind 690 dollar 690 dollar reichen die mir am abend jetzt 17 uhr 22 was sagt ihr soll man einen mitnehmen soll man einen mitnehmen kommen einnehmer noch mit ich mache pause bis zum nächsten einnehmer noch mit dass man dann auch hier ein schönes gewinnchen haben denn 230 mal 3 müsste 690 sein ja das stimmt 690 wir warten noch auf den nächsten und dann sehen wir uns gleich so meine freunde letzter trade wir haben hier unten sehen wir cut yen cut yen gehen wir mal ein cut japanisch yen otc da oben otc jawoll cut yen otc machen wir wieder hier auf dass man es auch sehen können oder schnell drankommen an die zeit je nachdem was er sagt cut yen bin gespannt was er sagt 2 oder 3 minuten müsste jetzt gleich kommen müsste jetzt gleich kommen müsste jetzt gleich kommen cut yen 2 minuten oder 3 minuten hoch oder runter bin gespannt meine freunde cut yen komm sag mir wo es hingeht die reise 2 minuten nach oben so ok schau mal 2 minuten nach oben trade eingegangen und ja schauen wir mal wo die reise hingeht ob wir die 230 die vierten 230 bekommen aber ja ist gerade abwärts drin könnte ein eventueller martingale martingale werden vielleicht wie gesagt wir haben hier schon in der strategie drin maximum 2 martingale bin gespannt wo die reise hingeht bei cut yen haben noch 1 minuten 23 1 minuten 23 ist viel zeit in binären optionen also wenn er jetzt nicht noch weiter runter rutscht dann ist es wirklich viel zeit cut yen otc 1 minuten für den g jawoll komm 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 wir müssen da drüber mein freund mein freund der hinterhütte also die grote so wie du gezogen hast könntest du jetzt auch eine grüne nach oben ziehen das wäre jetzt mal super macht er aber nicht macht er nicht der typ bin gespannt 40 sekunden noch komm nimm tempo auf nach oben ihr seht wir haben nach oben getradet also müssen wir über der grünen linie hier sein ich bereite schon mal martingale vor mal 2,3 und zwar wäre das dann 570 570 aber wir haben noch 19 sekunden puh wird knapp wird knapp 14 sekunden bin gespannt na schade 10 komm 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 7 6 schafft das 4 ja nach oben jetzt haben wir martingale sind jetzt 570 2 minuten nach oben martingale 1 schau mal ob er es schafft 2 minuten nach oben und martingale 2 wäre dann es wäre dann 1500 wäre 1500 ich bin gespannt denn hier zieht er auch gerade nach unten ich habe tue es nur sicherheitsweise schon mal eintragen muss ja nicht sein muss ja nicht sein muss ja nicht sein nur sicherheitsweise 1 minuten 24 24 24 24 24 seconds ihr seht ihr er gibt ja auch dem martingale vor er sagt save save option nochmal kaufen und mal 2 betrag mal 2 ich mache meinen betrag immer mal 2,3 im martingale 1 minuten noch 1 minuten 1 minuten come on los zieh nach oben mein freund wir wollen dich oben sehen wir wollen dich oben sehen wir wollen dich oben sehen komm schon 49 sekunden oh das wird wieder feuchte hände geben feuchte hände geben 40 sekunden muss ich martingale 2 einsetzen oder nicht schön wäre es natürlich wenn der martingale step 1 hier den gleich nehmen würde und wir bam balaboom balaboom unser geld einsacken können ja ich hoffe mal 25 sekunden kommen mach jetzt mal kein mist hier und lass uns in die 20 sekunden jetzt hier uns noch den gewinn einsacken wir sehen wir würden hier 524 kriegen 250 weg hätten wir 200 und 250 weg hätten wir 274 270 rein gewinnen 270 rein gewinnen in diesen trade bam 270 rein gewinnen das wären 230 230 230 230 haben wir gesagt wären 690 790 890 920 920 920 scheine in der ding verdient in dieser session also passt optimal war eine geile session ihr seht die signale bombe ihr könnt diese signale direkt auf dem handy traden oder auf dem tablet anfänger geeignet ihr müsst nicht traden können nachtraden wichtig ist nur macht eure 4 bis 5 trades und dann war es so wie ich 4 trades wenn ihr sagt 1000 dollar wie ich jetzt wollt ihr rein gewinnen gliedert das auf 4 trades auf das dann schluss ist das ist ein kleines geheimnis und ein kleiner tipp von mir würde ich sagen ballaboom ballabang wenn ihr sie kostenlos haben wollt ich habe es euch schon erklärt unterhalb des videos in der beschreibung ist der link für pocket option meldet euch an bei pocket option über unseren link zahlt mindestens 500 dollar ein sendet mir dann eure trader id per whatsapp die trader id findest du hier oben beim profilbild wenn du drauf drückst sendet die mail per whatsapp ich check das ob du eingezahlt hast über uns registriert bist wenn ja bam schiebe ich euch in die trader gang und natürlich auch in die signal gruppe hier von uns in trader lifestyle copy trade und dann könnt ihr loslegen und so einfach wie ich jetzt auch scheine verdienen für die sonne ballaboom ballabang wir sehen uns im nächsten video war eine geile session bei meine freunde ciao bau yippie yippie yau